Lass deine Waffe fallen! Du zuerst! Runter damit! Ich weiß, dass du ein Mensch bist. Wieso? Wenn du einer von denen wärst, hättest du mich schon längst erschossen. Heute Morgen um 1.07 Uhr hat der Odyssey-Satellit Aufnahmen eines unbekannten Objekts gemacht, das am Mars vorbeiflug. Es kam 250 Meilen über der Erde zum Stillstand und umkreist nun unseren Planeten. Wir nannten sie die Anderen. Was wollen sie denn? Die Erde. Aus diesem Grund sind sie hier, Cassie. Sie brauchen die Erde. Sie haben uns unsere Energieversorgung genommen und die Welt ins Chaos gestürzt. Dann haben sie unsere Städte besetzt und alles zerstört. Dann haben sie unsere Leben genommen durch einen unaufhaltsamen Virus in der Luft. Das Schlimmste ist, sie haben die Kontrolle übernommen. Die Anderen waren bereits unter uns und haben alle Überlebenden ausgelöscht. Die Anderen bereiten sich auf die fünfte Welle vor. Sie haben die Fähigkeit, menschliche Körper zu besetzen und sie zu kontrollieren. Sie sehen genauso aus wie wir. Was sollen wir jetzt machen? Füreinander da sein. Wir können niemandem mehr trauen. Wie sollen wir die Anderen bekämpfen, wenn wir nicht wissen, was sie sind? Du warst noch nicht bereit für das Ende der Welt. Ich muss zu meinem Bruder. Ich bring dich hin. Du weißt gar nichts über ihn. Die Anderen haben Sam geholt und ich hole ihn zurück. Wir kämpfen gegen eine Angriffswelle auf die letzten Metropolen. Wenn die fünfte Welle Erfolg hat, wird die Menschheit vom Angesicht der Erde verschwinden. Die Anderen sehen unsere Hoffnung als eine Schwäche an. Aber sie irren sich. Das ist unser Zuhause. Sie werden es nicht erobern.